Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach. Und was können diese Berater besser als wir? Rechnen. Wir rechnen. Rechnen können wir doch auch. Zahlen analysieren, fokussieren, stärken, stärken, schnell Liquidität freisetzen, Kostenverursacher gerecht zuordnen, Geschäftsmodelle nach Wertmaßstäben restrukturieren, bessere Zahlungskonditionen herausholen, Verschwendung auf dem Shopfloor beenden. Das können die alles. Wie heißt die Firma? Struktur-Management-Partner. Warum? Ach so.